Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es um Wahlfehlentscheidungen, Elektroautoförderungen und Industriepolitik ganz allgemein. Aktuell sind ja die sozialen Medien voll von Berichten über die für 2023 und 2024 geplanten Änderungen bei der E-Auto-Förderung. Oft wird da dann gleich ein Ende des E-Autos per se oder gar eine Gefährdung der deutschen Autoindustrie draus gemacht. Selbst der Autopapst Dudenhöfer geht in seinen Kommentaren inzwischen in diese Richtung. Ich möchte euch darlegen, warum meine Meinung genau gegenteilig ist und der Lobbyclub namens FDP das Maximum für die deutschen Autobauer rausgeschlagen hat. Die Begründung von Herrn Lindner für die Reduktion der Förderung ist, dass der Steuerzahler nicht so sehr mit Subventionen für E-Autos belastet werden soll. Das klingt erstmal gut und richtig. Was er schlicht und ergreifend verschweigt, dass er sich nicht an ein gigantisches indirektes Steuergeschenk herantraute. Beziehungsweise er von den Lobbyisten da in die richtige Richtung buxiert wurde. Dazu gleich noch mehr. Schauen wir uns zuerst die direkten Förderungen an, bevor wir zum eigentlichen Problem kommen. An dieser Stelle ein Geständnis. Ja, ich bin selbst mit dran schuld. Ich habe bei der letzten Bundestagswahl wieder FDP gewählt. Wahrscheinlich bin ich mit meinen 54 Jahren noch zu jung und blauäugig. Ich war mir eigentlich sicher, dass sie nach der Nummer mit der Hoteliersbegünstigung bei der letzten Bundesregierungsbeteiligung etwas gelernt hätten. Und nun wirklich an alle Bürger, nicht nur die sie unterstützenden Lobbyverbände dächten. Ein ziemlich blöder Fehler, den ich leider erst in drei Jahren korrigieren kann. Schon kurz nach der Intronisierung hat ja der Verkehrsminister öffentlichkeitswirksam seine Liebe zum Diesel verkündet. Und warum das Mini-Anhängsel der Regierung es schaffte, ein Tempolimit zu verhindern. Ob schon die beiden großen Parteien das wollten, erschließt sich mir bis heute nicht. Dazu aber in Kürze noch ein weiteres Video, was die Verhinderung dieses wichtigen Instruments konkret bedeutet. Deswegen solltet ihr auch unbedingt diesen Kanal hier abonnieren und am besten auch gleich noch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts. Die Folge des Ganzen ist, dass am Ende nur Leute wie ich und eben die Autoindustrie von dieser Interessen geführten Politik profitieren. Und nicht der kleine Mann, Frau oder es. Auch wenn euch die das Glauben machen wollen. Schauen wir uns das doch gleich mal an und natürlich präsentiere ich euch dazu auch wieder ein paar Zahlen. Beginnen wir einfach mit dem Status Quo. Wenn ihr in diesem Jahr noch ein Elektroauto geliefert bekommt, dessen nacktes Grundmodell in der sogenannten Barfahrliste mit unter 40.000 Euro netto gelistet ist, und das sind aufgrund kreativer Preispolitik mancher Hersteller einige, so bekommt ihr theoretisch 9.000 Euro Förderung. Theoretisch deshalb, da nur die 6.000 Euro vom Staat auf eurem Konto landen, die 3.000 Euro Herstelleranteil, eigentlich sind es 3.570, weil die Mehrwertsteuer noch oben drauf kommt, werden jedoch direkt vom Kaufpreis abgezogen. Die 40.000 Euro netto ergeben 47.600 brutto und ich denke, die meisten von euch, die schon mal ein Auto im Bereich oder jenseits der 50.000 Euro neu gekauft haben, werden mir zustimmen, dass da immer 10, 15, bei älteren Modellen auch locker mal 20% Rabatt drin wären. Nur mal so zur Orientierung. Ich habe für meinen e-tron mit Listenpreis 113.500 Euro brutto letztlich knapp über 95.000 Euro bezahlt und wurde von den Verhandlungsprofis sogar noch ausgelacht, da ich einen so miesen Preis bekommen hätte. Trotzdem war das fast das Doppelte der E-Auto-Förderung, die der e-tron 55 aufgrund seines zu hohen Grundpreises nicht mal bekam. Ja, ich weiß, das hat sich inzwischen insbesondere bei E-Autos aufgrund der Knappheit etwas verschoben. Aber zumindestens als die Förderungen damals aufgesetzt wurden, haben sich die Hersteller und Händler ins Fäustchen gelacht, wenn sie euch erzählen konnten, dass sie aufgrund des ach so schrecklichen Herstelleranteils, der viel geringer ist als die üblichen Rabatte, nichts mehr nachlassen könnten. Die angeblich so gemeine Subventionierung der E-Autofahrer ist also im Endeffekt eine genauso große Subventionierung der Autobauer, da diese weniger Nachlässe geben müssen, als das in einem normalen Marktumfeld erforderlich wäre und somit mehr Ertrag generiert. Abwrackprämie 2.0, wenn man so will. Besonders profitieren tun, wie ich vorhin schon zugegeben habe, so Leute wie ich und das sogar noch doppelt. Dazu gleich noch mehr. Neben den Autos unter 40.000 Euro Netto-Basispreis werden auch solche mit bis zu 65.000 Euro Netto-Basispreis gefördert. Dann zwar nur noch mit in Summe 7.975 Euro, aber schaut einfach mal in die Bufferliste, was für Fahrzeuge da drinstehen. Zum Beispiel ein BMW iX40 für Netto 64.957,98. Was ein Zufall. Schaut doch einfach mal bei Mobile und Co., ob ihr da einen solchen Belieben für diesen Betrag, also 77.300 brutto, findet. Eher nicht. Dafür sind da einige, die locker über die 100k wegschießen und auch die bekommen 5.000 Euro vom Staat und 2.975, natürlich wieder nur rein theoretisch, vom Hersteller. Glaubt hier irgendjemand tatsächlich, dass auch nur ein einziger iX40 wegen dieses Teils der E-Auto-Förderung angeschafft wurde? Nicht wirklich, oder? Die Förderungen entsprechen nicht mal 10% Rabatt. Wie gesagt, wenn in normalen Zeiten ein Händler mit einstelligen Rabatten gekommen wäre, hätte man ihn ausgelacht. Noch schlimmer wird es, wenn wir die Barfahrliste weiter runter scrollen, da kommen dann die Plugins. Also Q7, Q8, X5, GLE und so weiter, die rein zufällig alle um die 69.000 Euro Netto-Grundpreis haben. Natürlich sind auch andere Hersteller da ähnlich kreativ gewesen. Ein Tesla Model 3 Performance bekam, zumindest bis zur letzten Preiserhöhung, ein Polster 2 Performance bis heute die Maximalförderung, da ihre Grundmodelle, also der Polster 2 mit Frontmotor und kleinem Akku, netto unter eben jenen 40k liegt. Dann schildert auf der Rechnung noch ein Aufpreis für den Allrad, für den großen Akku, für ein paar Pakete und die breiten Reifen und das dann fast 70.000 Euro teure Auto, bekommt die Förderung, die eigentlich einem 20.000 Euro günstigeren zugedacht war. Bisherin ist die FDP übrigens noch unschuldig. Das sind Altlasten der GroKo. Es war das grün geführte Wirtschaftsministerium, die im Frühjahr zuerst verlauten ließen, dass sie das Problem erkannt hätten und daran wollten. Leider finde ich die Berichte dazu nicht mehr. Drei Kernforderungen blieben mir aber in der Erinnerung. Zuerst mal die Förderung bei 65.000 Euro Deckeln. Und zwar nicht bei irgendwelchen theoretischen Basismodellen, sondern dem tatsächlich gekauften Auto und dessen Bruttolistenpreis inklusive aller zusätzlichen Ausstattungen. Im Grunde also die gleiche Wertermittlung wie bei der Dienstwagenbesteuerung. Zu der kommen wir gleich noch. Ich hätte das genau so super und fair gefunden. Die FDP scheinbar nicht. Es wurde daher in der 2023er Förderung nicht umgesetzt. Dann wollte das Wirtschaftsministerium an die Mindesthaltedauer ran. Derzeit ist es so, dass ihr ein gefördertes E-Auto nur mindestens sechs Monate auf euch zugelassen haben müsst. Dann könnt ihr es verkaufen, ein neues holen und wieder die volle Förderung beantragen. Da haben sich dann insbesondere bei Tesla-Fahrern, nein, das ist nichts gegen Tesla, es waren halt die einzigen, die schnell genug Autos liefern konnten, geradezu Spezialisten herauskristallisiert. Da kauften Händler nach sechs Monaten die Autos für den Listenpreis abzüglich der Förderung an und schoben die nach Dänemark. Der deutsche Käufer hatte also alle sechs Monate ein flub neues Auto auf dem Hof stehen, ohne auch nur einen Cent bezahlt zu haben. Als der Markt dann noch enger wurde, gingen die zum Teil sogar über dem Listenpreis weg. Man machte also letztlich ein Plusgeschäft, ob schon normalerweise der Wertverlust in den ersten paar Monaten der brutalste ist. Da wollte Habeck auch dran und die Mindesthaltedauer natürlich auf ein Jahr verlängern. Hier müssen wir wohl noch auf die Endversion der neuen Regelung warten. Bisher konnte ich nicht finden, ob das so kommt. Immerhin der dritte Punkt des Wirtschaftsministers, nämlich der scheinbare Stopp der Plug-in-Förderung, soll kommen. Warum das aus meiner Sicht eine hundertprozentige Lachnummer ist, erkläre ich euch gleich. Ansonsten ist eine leichte Absenkung der Förderungen geplant. Der staatliche Anteil soll bei Autos bis 40.000 Euro netto auf 4.500 fallen, denn, wenn wir davon ausgehen, dass der Herstelleranteil wie bisher die Hälfte betragen soll, gäbe es jetzt also in Summe statt 9.570 noch 7.177,50 Euro. Da die Förderung erst nach Zulassung gewährt wird, heißt das, dass diejenigen, die jetzt ein Auto bestellt haben, das erst 2023 geliefert wird, mit gut 2.000 Euro Mehrkosten rechnen müssen. Aber wo aus meiner Sicht eine klare Zeitbombe sitzt, ist, dass es nur noch feste Fördertöpfe geben soll. Und wenn die leer sind, gibt es nichts mehr. In einem Extremfall kann also jemand, der jetzt auf die 9.570 Euro hoffend ein Auto bestellt hat, das aber erst nach Ende der Förderung geliefert wird, überhaupt nichts mehr bekommen. Das ist aus meiner Sicht ganz klar ein Unding. Denn dass nicht jeder mal eben fast 10.000 Euro auf dem Konto rumliegen hat, ist zwar Herrn Lindner mit Sicherheit vollkommen unbekannt, aber zumindest irgendwer im Finanzministerium sollte darauf hingewiesen haben, dass den Menschen damit jegliche Planungssicherheit genommen. Ich selbst habe noch nie einen Neuwagen gekauft und werde das auch in Zukunft nicht tun. Das sieht allerdings dienstlich ganz anders aus und damit kommen wir zum hauptsächlich fragwürdigen Teil der Förderung, nämlich der Dienstwagenbesteuerung. Dies ist aus meiner Sicht der für die deutschen Autobauer wesentlichste Teil der Förderung und weiterhin vollkommen fehlgesteuert. Zuerst eine kurze Skizze, was damit überhaupt gemeint ist. Ich vereinfache an dieser Stelle, lasse also Nachweise per Fahrtenbuch oder Zuzahlungsmodelle bei größeren Firmen mit Fuhrparkmanagement außen vor. Bei kleineren Firmen wie meinen sind es meist All-in-Modelle. Ich kaufe oder lease ein Auto und stelle es meinen Mitarbeitern auch für sämtliche Privatfahrten zur Verfügung. Die brauchen also überhaupt kein eigenes Auto mehr und haben auch keine Kosten dafür. Ich zahle nicht nur das Auto selber, sondern auch Sprit, Versicherung, Steuer, Wartung und so weiter und so fort. Ist das nicht viel zu teuer? Nein, im Gegenteil, meist rechnet sich das für beide Seiten ganz schnell. Alle Kosten, die über die Dienstwagen entstehen, sind Betriebsausgaben. Sie senken also meine Gewinne und damit meine Steuerlast. Ein solcher Firmenwagen ist meist ein Gehaltsbestandteil. Das heißt, ohne das Auto müsste ich dem Mitarbeiter mehr Geld bezahlen. Müsste aber zusätzlich für die dienstlichen Fahrten ein Auto beschaffen oder die Kosten eines eingesetzten Privatwagens erstatten. Würde also letztlich mehr Geld aufwenden müssen. Für den Mitarbeiter rechnet sich das in den allermeisten Fällen noch viel mehr, da bei ihm ja alle Kosten des bisherigen Privatwagens wegfallen. Bei unverändertem Gehalt hätte er also erheblich mehr Geld zur freien Verfügung. Dies wäre den Mitarbeitern ohne Dienstwagen gegenüber natürlich höchst unfair. Und so hat der Gesetzgeber beschlossen, den Wagen wie eine fiktive Gehaltserhöhung, den sogenannten Geldwerten, Vorteil zu behandeln. Wir reden natürlich über die berühmt-berüchtigte Ein-Prozent-Regelung. Das heißt, nichts anderes als das Ein-Prozent-Plus-3-Promille für jeden Kilometer Abstand zwischen Wohnung und Arbeitsort des Bruttolistenpreises des Fahrzeuges als zusätzlicher Lohn auf der Abrechnung auftaucht. Machen wir am besten ein einfaches Zahlenbeispiel. Der Mitarbeiter wohne direkt neben der Firma und bekomme ein Auto mit 50.000 Euro Bruttolistenpreis zur Verfügung gestellt. Sagen wir, sein Steuersatz läge bei 30 Prozent, dann kostet ihm das Auto 150 Euro im Monat. Ich denke, wir sind uns einig, dass es einem Privatmenschen ziemlich unmöglich sein wird, ein Auto mit einem Listenpreis von 50.000 Euro für 150 Euro im Monat zu leasen oder kaufen, finanzieren, versichern, steuern und alle Kosten zu tragen. Im Endeffekt also wie ein Willen für beide und eine massive Subventionierung der Autoindustrie. Was ich damit schon wieder meine? Nun, relativ simpel. Gäbe es diese Regelung nicht, würde der Mitarbeiter seine Lohnerhöhung bekommen. Die wäre aber nach Steuern immer noch weniger als die Kosten für den teuren Dienstwagen. Er würde sich also wahrscheinlich ein kleineres Auto oder gar einen gebrauchten zulegen. Genauso sind bei uns die ZBV-Fahrzeuge, also die, auf denen alle mal rumjuckeln dürfen, eher einfachere Autos und nahezu immer gebraucht gekauft. Ich hatte euch ja in einem anderen Video schon mal gezeigt, wie hoch die Firmenwagenzulassungen anteilig sind. Und gerade für die deutschen, selbsternannten Premiumhersteller, würde ein Wegfall der einfachen 1%-Versteuerung existenzbedrohend. Als Beispiele schauen wir einfach mal in die KWA-Statistik von Januar bis Juli 2022. Da findet sich beim e-tron ein gewerblicher Anteil an den Zulassungen von 74,1%. Beim iX sind es 76,8%, beim Taycan gar 83,3% und bei klassischen Verbrennerfirmenwagen wie dem A6 oder Passat über 90. Selbst wenn wir noch ein paar Vorführer abziehen, bleibt zu konstatieren, dass diese Autos überwiegend für Dienstwagenfahrer gekauft oder geliest und zugelassen werden. Ganz im Gegenteil zu einem Honda e oder Tesla Model 3, bei denen die gewerblichen Zulassungen unter 40% liegen. Ein Grund dafür ist, dass es bei uns, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Ländern auf dieser Welt, keine Deckelung gibt, bis zu welchem Preis ein Dienstwagen vom Unternehmen steuerlich geltend gemacht werden kann. Nehmen wir an, dem Unternehmen geht es richtig gut. Die Gewinne sprudeln und der Unternehmer legt sich einen Porsche Cayenne Turbo S zu. Gehen wir hoch ran und setzen einen persönlichen Steuersatz von 50% an. So kostet Ihnen der 200.000 Euro Bolide 1.000 Euro pro Monat. Wer jemals Porsche gefahren ist, wird wissen, dass man damit nicht mal einen Boxster als Neuwagen leasen und unterhalten könnte. Müsste er die 4.000 bis 5.000 Euro realer monatlicher Kosten für seinen Turbo S komplett aus versteuertem Einkommen zahlen, dürfte das die Kaufentscheidung durchaus beeinflussen. Der Staat nimmt zwar vordergründig 1.000 Euro ein, verliert aber durch die im Unternehmen anfallenden Kosten dort Steuereinnahmen. Und was noch on top kommt, wir Unternehmen zahlen für Betriebsvermögen ja keine Mehrwertsteuer. Herrn Lindner fehlen allein dadurch schon fast 40.000 Euro. Nur nochmal zur Verdeutlichung. Dem privaten ID.3, Zoe, Honda e, Model 3 Käufer werden jetzt 1.500 Euro gestrichen, die sich Herr Lindner ersparen möchte. Der Dienstverbrenner Cayenne-Fahrer bekommt mehr als diesen Betrag weiterhin geschenkt. Und zwar nicht einmalig, sondern jeden Monat aufs Neue. Wichtig, ich will hier in keinster Weise eine Neiddebatte vom Zaun brechen. Wer hart gearbeitet hat und es sich leisten kann, soll gerne ein superteures Luxusauto fahren. Ich sehe nur keinerlei Grund, warum dieses über entgangene Steuerentnahmen von der übrigen Bevölkerung, also auch von euch, mitfinanziert werden soll. Ja, ich weiß, jetzt kommen bestimmt wieder welche mit. Ja, aber damit werden doch Arbeitsplätze in der Autoindustrie gesichert. Mag sein, es bleibt aber trotzdem eine reine Subvention. Nicht nur das, es ist auch eine Regelung eingebaut, die sicherstellen soll, dass die Autobauer auch genug Neuwagen absetzen können. Wie ich das jetzt schon wieder meine? Nun, ganz einfach. Für die 1%-Regelung wird immer der Bruttolisten-Neupreis angesetzt. Kauft ihr euch also eine 3 Jahre alte S-Klasse für 50.000 Euro, müsstet ihr für die trotzdem mit dem Neupreis von, sagen wir, 100.000 Euro versteuern. Daher greifen die meisten Dienstwagenfahrer, mich ausdrücklich eingeschlossen, zum Neuwagen. Ich halte den werten Herrn Finanzminister nicht für dumm. Aber eher scheinbar uns, wenn er uns die Reduktion der Pille-Palle-Förderung für E-Autos als erforderlich für die Staatsfinanzen verkaufen will, ohne an die viel teurere Subvention heranzugehen. Denn es geht jetzt noch weiter. Für Elektroautos, und das ist der eigentliche Skandal, auch Plug-in-Hybriden, wird weiterhin zur Versteuerung nur der halbe Bruttolisten-Preis herangezogen. Bleiben wir bei unserem Unternehmer von oben, nehmen aber statt eines Porsche nur den vergleichsweise billigen Q7. Einmal als Diesel und als Plug-in. Der Einfachheit habe halber beide mit einem Bruttolisten-Preis von 100.000 Euro. Dann zahlt er für den Diesel 500 Euro als Steuer auf den Geldwerten-Vorteil. Mit dem Plug-in nur 250. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob er den überhaupt jemals lädt oder nicht. Jetzt kommen von den Leuten, die diesen Irrsinn auch noch gutheißen, wie zum Beispiel meiner speziellen Freundin der VDA-Chefin, die den Plug-in als alltagstaugliche Alternative und damit indirekt das E-Auto als untauglich bezeichnet, immer zwei Scheinargumente. 1. Auf die Art kann man die Leute an die E-Mobilität heranführen. Schaut mal auf meinem Kanal ein paar Jahre zurück, wann ich die ersten Videos zu dem Thema gemacht habe. Das ist drei Jahre her. Jeder, der auf die Art an die E-Mobilität herangeführt werden sollte, hat schon mindestens einen Leasingzyklus hinter sich. Wenn der jetzt kein reines E-Auto nimmt, wird er es auch später nicht. Als zweites wird gern ins Feld geführt, dass so ein Plug-in ja immerhin ein wenig sauberer wäre als ein reiner Verbrenner. Das mag bei ein paar exotischen Fahrprofilen, die dann aber auch locker mit einem reinen E-Auto gingen, tatsächlich so sein. Ich bin selber 400.000 km Plug-in gefahren und ein XC90 Diesel hätte klar weniger verbraucht als mein Plug-in. Ob schon ich ihn bei jeder Gelegenheit lud und nur max. 135 fuhr. Mein Prokurist lädt seinen A6 auch immer brav in der Firma auf. Geht er aber auf die Langstrecke zu Kunden oder in den Urlaub, dann nutzt er die möglichen 250 kmR Topspeed oft und gern und die Karre säuft wie ein Loch. Der würde derzeit wieder einen Plug-in bestellen. Nur ein Tempolimit oder eine Abschaffung der 0,5% für Plug-ins könnte ihn davon abhalten. Alternativ auch das besagte Damoklesschwert, das im Mai auch noch über den Plug-in-Freunden schwebte. Der Entwurf des Wirtschaftsministers sah wohl auch vor, dass die 0,5% für Plug-ins nur gewährt würden, wenn mindestens 50% rein elektrisch gefahren würden. Auch davon hört man heute leider nichts mehr. Deswegen sprach ich, ganz im Gegensatz zum Krakelen der VDA-Chefin davon, dass die Autoindustrie das Maximum rausgeholt hat. Die fetten GLE, Q7, X5 und Co. werden weiterhin indirekt gefördert. Und mit den Böcken wird das Geld verdient. Nicht mit einem ED3 oder gar E-Up. Bei reinen E-Autos bin ich schon dafür, die Absenkung der Dienstwagenbesteuerung vorläufig beizubehalten. Nicht nur aus reinem Eigeninteresse. Das habe ich auch vor drei Jahren schon so gesagt, als ich selbst noch Plug-in fuhr, den aber mit 1% versteuerte, da die 0,5% natürlich nur für Neuzulassungen galten. Als E-Auto-Fahrer muss man sich umstellen. Man hat auf Langstrecke längere Gesamtreisezeiten. Da macht es schon Sinn, Interessenten in die richtige Richtung zu stupsen. Der Plug-in ist ein reines Steuersparmodell, das nicht nur der Umwelt, sondern im Endeffekt auch den Autobauern schadet, da die für diese Kisten Entwicklungskapazitäten und Batterien verschwenden, die ihren Rückstand beim E-Auto nur noch verstärken. Sich also hinzustellen und zu behaupten, dass ab dem 01.01. keine Plug-ins und ab 01.09.2023 überhaupt keine Firmenwagen mehr gefördert würden, ist Stand heute schlicht und ergreifend eine Lüge. Ach so, und damit hier keine Unstimmigkeiten entstehen. Natürlich nutze auch ich diese möglichen Subventionen sogar noch etwas stärker. Denn unter 60.000 Euro Bruttolistenpreis fragt mich bitte nicht, wo die jetzt schon wieder herkommen, muss man sogar nur 0,25% desselben versteuern. Nun ratet doch mal, was so ein Tesla Model Y in weiß mit 19 Zellfelgen wohl kostet. Wer es weiß, darf sich einen Leuchtkeks kaufen und den im Dunkeln essen. Schreibt mir jetzt gern unten in die Kommentare, wie ihr das seht. Habt ihr nur den scheinbar auf eure Steuern bedachten Onkel Lindner wahrgenommen und wusstet gar nicht, dass er freiwillig weiter auf Einnahmen verzichtet? Oder schloss sich damit nur euer Bild, das ihr von dem netten Herrn eh schon hattet? Würde mich wirklich brennend interessieren. Ach ja, und einen Kommentar, der jetzt bestimmt kommen wird, beantworte ich einfach schon mal im Vorfeld. Boah, Typ nicht immer nur meckern, auch Lösungen anbieten. Vielen Dank dafür. Here we go. Ich würde sofort eine grundsätzliche Kappung von der steuerlichen Absetzbarkeit von Verbrennern und Plug-in-Firmenwagen bei, sagen wir, 65.000 Euro Bruttolistenpreis inklusive aller Ausstattungen einführen. Ausnahmen dann nur noch für reine Nutzfahrzeuge wie Transporter oder LKW. Bei einer S-Klasse für 130.000 Euro wäre also nur noch die Hälfte der Kosten, sei es Leasingrate, Sprit, Steuer, Versicherung und so weiter und so fort, eine steuermindernde Betriebsausgabe. Das kann dann je nach Unternehmen auch zur Aufspaltung in Handels- und Steuerbilanz führen, da die Banken bei der nächsten Kreditvergabe natürlich alle Kosten sehen wollen und nicht nur die steuerlich wirksame Hälfte. Klingt jetzt kompliziert? Oh, keine Sorge, es wird noch viel schlimmer. Der zu versteuernde Geldwerte-Vorteil beträgt ein Fünfzigstel des CO2-Ausstoßes nach WLTP. Bei 50 Gramm also ein Prozent. Ein BMW X7M mit seinen 274 Gramm wäre mit 5,48 Prozent des Bruttolistenpreises also mindestens 6.970 Euro pro Monat auf die Steuerkarte zu nehmen. Ja, ich weiß, dass der dann als Firmenwagen tot wäre, aber ist das so schlimm? Immer dran denken, aktuell finanziert ihr solche Kisten mit, denn die fehlenden Steuereinnahmen müssen schließlich irgendwo herkommen. Und machen wir uns nichts vor. Es gibt keinerlei, keinerlei betrieblichen Grund, warum es dieses PS-Monster sein müsste und der kleine Diesel zum Beispiel nicht ausreichen würde. Bei Plug-ins müssen zusätzlich 50 Prozent rein elektrische Nutzung nachgewiesen werden, sonst wird der CO2-Ausstoß eines vergleichbaren Verbrenners herangezogen. Noch besser wäre es anhand der Tankrechnungen den realen Verbrauch und damit CO2-Ausstoß der Autos ranzunehmen. Das wäre für die linke Spur mit Lichthupe-Fraktion, glaube ich, ein ganz schlimmes Erwachen. Dazu aber mehr in einem der kommenden Videos. Klingt das nach einem Bürokratiemonster und viel Arbeit fürs Unternehmen? Ja, klar, das ist auch durchaus Sinn der Übung, denn es ging auch einfacher. Vollelektrische Firmenwagen bleiben bis zum Doppelten der Verbrenner, also sagen wir 130.000 Euro, voll absetzbar. Da geht sich dann auch ein EQS oder Taycan locker aus, so man nicht volle Hütte mit alles nimmt. Versteuerung für alle E-Autos 0,5 Prozent. Die 0,25 entfallen entweder komplett oder werden vom realen Brutolistenpreis nicht irgendwelchen Fantasie-Basispreisen abhängig gemacht. Für die Mitarbeiter wird es noch viel attraktiver, auf ein reines BEV umzusteigen. Und die Firmen würden es forcieren, da der Verwaltungsaufwand dadurch senke. Ist das nicht ein ziemlich brutaler Markteingriff? Nein, das ist das, wofür eine Regierung da ist. Nämlich klare Rahmenbedingungen zu schaffen, um Ziele, die sie selber gesetzt hat, auch erreichen zu können. Meiner Meinung nach würde das den Firmenwagenmarkt nicht abwürgen, sondern in die gewünschte Richtung lenken. Simples Beispiel. Nehmen wir einen Dienstwagenfahrer, der einen solchen bis 50.000 Euro fahren darf. Geht es darüber, muss er etwas zuzahlen. Das ist ein durchaus gängiges Modell bei größeren Firmen. Bisher hatte er einen BMW 318D. Der hat laut BMW-Webseite einen CO2-Ausstoß von 128 Gramm. Wäre nach meinem Modell zukünftig also mit 2,56% des Listenpreises, also 1239 Euro, zu versteuern. Bei 30% Steuersatz würde er neuerdings also etwas über 370 Euro monatlich an Steuern zahlen. Denn bisher waren es 145. Nähme er nun einen i4, der zwar erst bei 60.000 Euro losgeht, aber mit 0,5% angesetzt würde, senke die Steuerlast auf ganze 90 Euro. Selbst wenn er jetzt 100 oder gar 200 Euro beim Arbeitgeber zuzahlen müsste, wäre die Belastung zwar höher als aktuell, aber immer noch klar geringer als ohne E-Auto. Alternativ könnte er auch ein günstigeres Modell eines anderen Herstellers wählen, was die Autobauer vielleicht zum Überdenken ihrer Preispolitik bewegen könnte. Der Steuerungseffekt, die Leute zum E-Auto zu bewegen, wäre also durchaus gegeben. Wenn wir jetzt noch berücksichtigen, dass auch eine Ankurbelung des Gebrauch-E-Automarktes gewünscht ist, würde auch dieses Ziel damit schneller erreicht, da Firmenwagen tendenziell öfter und schneller ausgetauscht werden als Privatfahrzeuge. Wahrscheinlich käme dann die VDA-Chefin um die Ecke, dass das Ganze blöd wäre und man auf Wasserstoff warten solle und ganz bestimmt würden sich einige beschweren, dass es Ihren geliebten 5er-Kombi nicht elektrisch gäbe. So what? Es verbietet Ihnen ja niemand, weiter einen solchen zu fahren. Es würde halt nur teurer und Sie müssten sich überlegen, ob der Abstieg vom 5er auf zum Beispiel einen i4 nicht möglich wäre. Oder, wenn Sie tatsächlich so viel Platzbedarf haben, einen Tesla aus Grünheide bestellen. Ganz wichtig. Ich sagte nirgends etwas von verboten. Eine Regelung über das Portemonnaie finde ich persönlich viel effektiver. Nur nochmals zur Verdeutlichung. Mich privat wird das Model Y oder auch das Plan B Auto, welches auch einen Bruttolistenpreis von unter 60.000 Euro hat, im Monat irgendwas um die 70 Euro kosten. Das zahlt jemand, der sich privat eine neue Zoe zulegt, noch keinen hohen Scheißfreiheitsrabatt hat und eine Vollkasko nimmt, allein nur für die Versicherung des Autos. Deswegen lohnt es sich immer, großes Krakelen zu hinterfragen. Die Hersteller eher günstiger E-Autos, die überwiegend an Privatanmänder gehen, werden durchaus einen Nachfragerückgang erleben. Die durch geschickte Lobbyarbeit geschützten Audi, BMW, Daimler, Porsche und Co. eher wenig bis gar nicht. Immerhin wurde nun von den Grünen, wie oben bereits erwähnt, habe ich die leider nicht gewählt, eine längst überfällige Debatte zur Dienstwagenbesteuerung angestoßen. Falls jetzt jemand auf die glorreiche Idee kommt, dass ich doch ganz auf den Dienstwagen verzichten könne, nein, warum sollte ich? Ich bin ja nicht bescheuert. Trotzdem habe ich einen Teil des oben skizzierten für mich bereits umgesetzt. Der überwiegende Teil der Fahrten mit dem Anhänger war in letzter Zeit privat und dafür habe ich jetzt den privat gekauften, versteuerten, versicherten und betankten Ranger. Dadurch kann ich es meinem Unternehmen ersparen, ein Dienst-E-Auto mit hoher Anhängerlast anzuschaffen. Egal ob BMW iX50 oder das neue Model X, wir würden immer über 120.000 Euro Anschaffungskosten reden. Alles zusammengerechnet käme mich so ein Fahrzeug deutlich günstiger, da halt alle Kosten vollgewinnmindernd in die Firma gingen. Aber ich konnte es mit mir selber einfach nicht mehr vereinbaren, so zu handeln. Deswegen wird das neue Firmenfahrzeug deutlich günstiger. Das kann sogar dazu führen, dass ich bei größeren Transporten für die Firma den Privatwagen statt des Dienstwagens einsetzen werde. Da breche ich mir definitiv keinen Bei ab und in den Ruinen stürzt es mich auch nicht. Das ist also mal meine Gedanken zur angeblich den Steuerzahler entlastenden Abschmelzung der E-Auto-Förderung, verbunden mit dem Appell, dass ihr euch immer selber Gedanken machen solltet. Hinterfragt die Aussagen von Mächtigen grundsätzlich und besonders dann, wenn FDP-Leute euch etwas von wir tun was fürs gemeine Volk erzählen wollen. Die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas ganz anderes dahinter steckt, ist leider, leider riesengroß. Das meint jedenfalls heute, euer Stefan Lenz.